Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen LOL Video. Ich spiele Jynx auf der Botlane und mit mir ist der Emodarm als Support. Und wir haben auch Jynx, ok. Geh nicht auf die Eleona, geh auf die Jynx. Und ich hoffe es leckt nicht allzu sehr, ich lade noch nebenbei. Was haben wir denn im Gegner-Team? Das war nämlich spontan. Jynx und Leona, das wird schwer. Glaubst du, da gehen die beiden Bot? Also grundsätzlich geht immer Leona Bot und Jynx Bot, also beide IDC und Support. Aber du hast einen riesen Vorteil gegen Leona, also wahrscheinlich. Ich mache schon am Anfang so viel Damage, dass ich die easy killen kann. Letztes Game habe ich schon in den ersten vier Minuten, nachdem die Bots da waren, schon zwei gekillt. Es geht so gut mit Master Yi. Ja schon. Sind beide OP-Charakter, also. Ich weiß nicht, Leona hat wahrscheinlich einen Nachteil, weil sie so ja nicht so Schaden macht. Schaden ist immer OP. Im letzten Game habe ich wieder mal gemerkt, dass der Tower stärker ist. Ja, ab und zu. Vor allem, wenn man dann gestunnt wird. Ja, mit Leona wirst du leider manchmal gestunnt. Äh, gestunnt. Ich habe immer noch meine Hand, die haben immer alle neue Sachen. Ich bleibe bei der Hand. Ein Fächer haben, sehe ich gerade. Ich habe noch andere, seltenere, aber die sehen nicht so schön aus. Und jemand hat sehr langes Internet. Natürlich die Jinx. So. Ich brauche wirklich eine neue Waffe. Erzählst nicht meinen anderen Waffen. Die hat extrem gute Sprüche. Auch wenn sie so eine halbe Tussi ist. Egal, lass uns rumballern. Willkommen. Trolololololololol. Ich lüge nicht. Ich lüge auch nicht. Ich lüge auch nicht. Jeder will sagen uns sehr wenig über den Skill aus. Mhm. 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 Ich lüge auch nicht. Ja. Ich lüge auch nicht. Ja. Hahahaha Du bist schon immer so blöde Fragen Ich bin verrückt Ich hab mal testen Jaja Frag mich ob ich zuhöre Ah, mit F schreibt man vater oder? Ich schreib's jetzt einfach, dass du da... Ähm, dass ich da einfach... Ah, die dummen... Zum guten Glück Timo, den kann ich relativ easy töten mit Skyshots. Aber mehr will ich da auch nicht. Ah, Leona, du nervst. Hey, was ist mit der Kamera los? Die ist automatisch bei mir. Also, wenn ich die Maus nach oben drücke, ist sie halt mal. So. Nein, 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 nein. Pass auf, pass auf! Einer von denen ist Level 30, sehe ich jetzt schon. Aber ich bin auch Level 30. Das gehört alles zum Plan, den ich mir gerade ausgedacht habe. Ich will mir noch nicht alles... Mana es gelten, dann spare ich jetzt mal. Und zur... Toll, die sind Level 30 und ich bin Master Yi. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Na, 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 na. Na, 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 na. Ich mach sowas, wie ich nicht spielen kann. Na, 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 na Du musst ja nicht in den Shop gucken. Ja, ich hab angegriffen, aber ich hab auch nicht geschafft. Hast du Ward? Warte mal in den Busch. Ich hab keine Ward. Hast du keinen? Okay. Nee, nicht angreifen. Ich kann nämlich nicht. Lol, der war fast gestorben. Pass auf. Genau deswegen. Ja, er ist noch relativ neu, aber er ist schon sehr gut. Ich hab ihn ein bisschen trainiert. Und ja, mit den Support und so mach ich jetzt noch nicht. So muss man auch noch nicht mit Level 12. Ja. Sehr schön. Danke. Good Job. Stopp. So. Ich komm gleich wieder. Ich brauch mal schnell was. Ja. Das ist jetzt noch Zeit. Ähm. Ich brauch mal ne Mune. Warte, ich denke nach. Warte, ich denke nach. Warte, ich denke nach. Ähm. Ihr nehmt mich verrückt. Meine Schwester, die ist verrückt. Das sagt sie mal ab und zu. Ich fackle nicht lange. Ich fackle alles ab. Hä, was soll das heißen? Fiss and ye add me. Soll ich ihn jetzt dann auch adden? Ne, machs nicht. Das ist ja nicht so gut. Was, wenn ich eine Waffe hätte? Also doch. Ist schon gut, aber ne. Muss wegen dem. Wenn dir jemand schreibt add me, dann musst du ihn eigentlich zurecht nicht add. Soll ich mal. Ah ne, da kann man ja drauf gehen. Ich hätte ihn noch ein bisschen stun. Na na na. Geh in den Busch. Geh in den Busch. Lass Busch. Wer braucht schon Grünge? Nein, 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 nein. Was ist jetzt los wieder? So, ein bisschen nerven. Ich habe ja genug Mana. Langs so. Die kommen in den Busch, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue, dass sie nicht hooken kann. Also ein bisschen Entfernung. Ja, ja. Hittet die mal bitte an, damit ich jemanden angreifen kann. Ich versuche nicht zu erschießen. Oh, meine Kuh ist was. Schade, dass die Bazuu Comano verbracht. Die sind jetzt vorsichtig. Was sieht man, dass die sehr vorsichtig sind? Ja, jetzt. Haha, daneben. Versucht man den einen, wo wenig Leben hat, noch mehr anzuhitten. Weil, dann kann ich gleich drauf gehen, wenn du noch einmal sowas machst. Lol, was hat die geproduziert? Ich habe gar nicht reagiert und sie hat daneben geklickt. Jetzt noch schief genommen, bitte. Fuck. Ja. Weisst du, das ist das Problem. Ich habe aber die Ulti. Das ist langweilig nicht. Siehst du, jetzt geht sie. Das ist nicht gut. Du musst entweder drinnen bleiben. Ja. Irgendwann muss man sterben. Ja. 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 Wenn er nicht angreift ist, dasselbe schon. Tja. Tja. Und der ist wahrscheinlich weggegangen. Weggeportet. Ja. Ich ignoriere ihn einfach. Ich habe genug Blame. Bestimmt, ich habe meine Ulti. So, kann er nicht farmen. Selbe Schut. Pass auf, wenn du zum Turm gehst. Geh nicht zum Turm. Lass die was sein, einfach ein bisschen. Blöder Ohrwurf. Ähm. Du wollte ich nicht. Was, wenn ich eine Waffe hätte, die Waffen schiessen könnte? Ja, genau. Was wäre, wenn ich eine Waffe hätte, die Waffen schiessen könnte? Hehehe. Ist wieder da. Scheiße. Oh, scheiß daneben. Ja. Genau das. Nicht mal abgehauen bist du. Okay. Das konnte ich auch nicht machen. Die Ulti war irgendwie ein bisschen buggy. Ich konnte nichts. Ähm, Ding. Ich konnte nicht, äh, die Richtungsangabe machen. Also. Ich konnte nicht schielen. Weil natürlich irgendwas mit der Steigung wieder nicht gut ist. Dankeschön. Sehr nett. Ich hab das ausgesehen absichtlich gemacht. Komm, komm. Komm nicht schlafen. Sehr schön. Komm. Nimm's. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn. Ja, schneller. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Oh, nicht in der Range vom Turm-Ding mit den Tieren. Also das wäre ich aber schon down gegangen. Nein, weißt du nicht. Er hätte nicht geschossen. Und er hätte einen Schuss abgebrochen. So, ich geh wieder zurück, solange die weg sind. Und tschüss. Wumm. Wo war der? Ah, genau deswegen geh zurück. Da bin ich ja gerade. Der ist da geportet oder so und dann ist der Ding. So, noch das. Ich hab genug Geld für so geile Sachen. Ich fuckle nicht lange, ich fuckle alles ab. Ich muss öfters auf dich schauen, damit ich reagieren kann, wenn du einen Fehler machst. Weil Timo ist extrem schnell, der kann extrem schnell in die Lane zurückkommen. Da musst du aufpassen, vor allem wenn du so wenig Läden gehabt hast. Wenn dich sowieso zurückportet, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass du stirbst, wenn Timo. Timo ist halt so ein Arsch-Charakter. Die werden noch ihr blaues Wunder. Vorsicht, im Gewissen. Ja, ja. Setz da mal so was rein, so ein komisches Ding. Du musst einfach auf meine Bewegung reagieren, damit du auch genug früh angreifen kannst. Ich bin leider ein bisschen weg dem, äh, äh, unter, ähm, weil ich zu wenig Gegner momentan besiege. Schlechte. Schlechte. Sonst hätte ich mehr Geld und mehr Items jetzt schon. Oh, was macht die dort unten? Schlechte. Ich schlafe ein irgendwie. Geh mal drauf. Ja. Ja, toll. Ich werde immer gestunnt. Ja, ich habe keine Chance so. Du musst auf Timo gehen. Du gehst die ganze Zeit auf sie. Die ist nur Support. Jetzt geh auf sie. Ja. Jetzt stirbst du auch. Oh mein Gott. Okay. Äh, Timo so unbeliebt, weil er natürlich IHM mehr unsichtbar machen kann. Geh nicht in den Dschungel, äh, ins Gras. Ah man, jetzt müsste es nicht dran anzulegen. Der Top verliert irgendwie auch langsam immer wieder. Das war ein, ähm, Aufdeckungstod, der deckt andere Warts auf und so. Und Pilze. Da ist jemand im Busch. Naja, ich seh's ja. Ich gehe nicht drauf, solange er nicht im Angestand ist. Mir ist scheint, dass ich Stunne. Ja, ich bin ein bisschen unkonzentriert jetzt wegen dem Vorfall vom Feuer. Aber schon gut. Achtung, hier ist der Timo irgendwo. Ah Gott, ah gut, wenigstens noch einen. Aufdeckung, aufdeckung. Die Stunt die ganze Zeit. Trinkt voll aus. Schaffst du. Nein, schaffe ich nicht. Die hat gleich Stunning. Genau deswegen. Schaffst du. Ach Gott, die Leona ist so fett geworden. Ja toll, wie viel Reichweite hat die? Was? Wie viel Reichweite die hat? Die hat so extreme Reichweite. Geh mitte, geh mitte. Boah, was lag's ist grad bei mir so. Wieder einmal hat mit versagt. Danke, bot jetzt mit mir. Jinx steht für Jinx. Jinx steht für Jinx. Ich klau denen alle. Ich denk. Aber es ist gut. Ah, die ADC muss klar. La 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 la. Screenshot. Getroffen. Na, 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 na. Ja, mach mal ein bisschen Pilze weg. Wow, ist der stark, ist der ADC. Da ist wieder jemand, da ist wieder jemand, da ist wieder jemand. Weil ich wurde gestunt. Nein, der ist nicht ADC, der hat einfach die falschen Items gekauft. Oh, jetzt kommen alle. Ja, und ich bin natürlich der Tank oder was? So sieht's irgendwie aus. Gehen wir drauf? Wir gehen alle zusammen drauf, wenn's gut ist. Oh mein Gott, ist der schlecht. Sehr schön. Schützschuld, Ulti und E. Sehr schön. All zusammen. E. Ah, Giftbomben. Ah, er hat auch noch Ding. Also, ich geh mal zurück. Ich auch. Ich bin gleich zurück. Der Pick reisert ohne Weg. Ich bin gleich zurück. Der Pick reisert ohne Weg. Ich trage viele Gürtel. Oh mein Gott. Ich trage viele Gürtel. Oh mein Gott. Joshua ist wieder mal den, eigentlich sollte ich ihn wegen negativer Einstellung reporten. Nein, mach ich nicht. Das ist noch harmlos. Pass einfach den Bot auf, geh, komm entweder mit oder versteck dich ein wenig. Jetzt kommen zwei Bots, geh weg, geh weg, schnell, das muss sofort gehen, hallo, ja, sorry aber ich kann dir nicht mehr helfen, die sind alle Bots, gehen alle Bots jetzt. Ja, die wollen dich hajagen, du bist alleine, spielst du schlecht, Joshua, hey, oh Gott, Gott, der Joshua.